Hey Crusher! Hast du mir einen Markkey zum verkaufen? Ich hab dir heute das voll OP. Ja lass mich mal gucken, ich glaube ich hab noch einen. Ja, ich hab noch einen. Gibst du mir 25 Dollar eingeben und können was machen. Okay, ich schau mal meine Tasche, wieviel ich noch hab. So, um euch dieses Szenario zu ersparen, haben wir uns überlegt, einmal den Markkey und einmal den Customs Key als Giveaway rauszuhauen. Wenn ihr nicht wisst, um welche, also welche Räume ihr damit aufmachen könnt, zeige ich euch das ganz kurz. So, das ist das Gebäude, Customs Gebäude auf Customs, ja. Dafür der Customs Key. Das war jetzt dreimal Customs in einem Satz. Und da geht ihr quasi die Treppe hoch. Ich hab jetzt den PvE Modus gemacht, deswegen kein Stress. Ihr könnt hier den aufschließen. Habt ihr zwei Räume. Den vorderen Raum habt ihr drei PCs und eine Tasche, wo ihr looten könnt. Kriegt ihr die HDD-Festplatten, Grafikkarten und allem möglichen Scheiß. Hinten ist eine weitere Tür, die könnt ihr breachen. Da ist, ähm, hier eine Jacke. Hier ist ein Spawn immer wichtig, dass ihr den seht und ein Tresor. Hier findet ihr dann noch das Quest-Item. Ich weiß nicht genau, wie das Quest gerade heißt, was ihr jetzt braucht, aber das findet ihr dann hier. Und, ja. Ist ganz netter Schlüssel, kann man gut hinkommen, direkt vom Spawn. Gut für, ähm, Runs. Und jetzt zeige ich euch noch, wo der Markkey passt. So, hier sind wir jetzt zu den Dorms gerannt. Und zwar ist das dreistöckige Gebäude. Könnt ihr auf der rechten Leiter komplett ganz nach oben zum Reinkommen. Dann geht ihr komplett durch. Und hinten der komische Reliktraum ist es. Also der letzte auf der rechten Seite. Könnt ihr dann anlocken. Und dann ist immer, also hier kann wirklich alles mögliche geile Scheiß spawnen. Von der Makarov bis Dog-Tags und krasse Waffen. Und hier ist jetzt irgendwie gar nichts drin. Ich weiß nicht, ob das mit dem PVE-Modus zu tun hat oder einfach nur 4F-Effekt ist. Auf jeden Fall kann hier echt, äh, hier liegt sogar was. Hier liegt Rubel. Also hier haben wir einen echt armen Spawn dann erwischt. Aber ist egal. Ich wollte es euch jetzt zeigen. Hier liegt noch eine Kugel. Top auf jeden Fall. 4F-Effekt for the win. Hier ist der dritte Stockwerk. Ganz ist durch. Hinten rechts. Der wird ziemlich oft gerusht. Also entweder ihr habt Glück und kriegt ihn noch, wenn ihr langsamer unterwegs seid. Oder ihr rusht eben selber durch. Wie auch immer. Ist richtig geil, um Equipment zu farmen und eben auch somit auch Geld und was weiß ich was. Es gibt eine kleine Bedingung, die ihr dafür erledigen müsst. Und zwar müsst ihr in unsere Facebook-Gruppe kommen. Die Trading-Gruppe, die wir erstellt haben. Vielleicht der ein oder andere kennt sie schon. Wir werden sie auf jeden Fall in die Videobeschreibung unten rein posten. Den direkten Link. Da werden wir einen Beitrag machen mit dem Giveaway, von dem Mark-Key und dem Custom-Key. Und dann kommentiert ihr darunter. Schreibt rein, welchen von beiden Keys ihr am liebsten hättet. Also ob ihr jetzt den Custom-Key hättet oder lieber den Mark-Key oder vielleicht auch sogar beide. Keine Ahnung. Und ja, das ist eigentlich die einzige Bedingung. Wir werden das Ganze nächsten Sonntag auslosen. Gegen Mittag irgendwann. Wir machen keinen festen Termin. Also ich denke mal ein Sendeschluss wird dann Sonntagmittag sein. Und dann verkündigen wir, wer gewonnen hat. Und ja, wenn ihr die Aktion feiert, gebt auf jeden Fall mal den Video einen Daumen hoch. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, um auch keine weiteren Gewinnspiele zu verpassen. Und natürlich kommen ja auch noch Tutorials zu Escape from Tarkov. Und ja, in der Facebook-Gruppe nochmal dazu geht es eigentlich im Prinzip ums Traden. Dass wir eben auch ein paar Trading-Guides und alles erstellen. Und auch eine kleine Preisliste, dass man eben auch ein bisschen eine Hausnummer hat, was wert, wie gehandelt wird und was auch immer, dass man nicht komplett über den Tisch gezogen wird. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut auch generell natürlich in die Facebook-Gruppe rein. Wir haben auch ein TS. Das werden wir auch in der Facebook-Gruppe noch verlinken. Da könnt ihr auch gerne reinkommen, ob es zum Zocken Leute suchen ist oder eben Leute zum Traden suchen oder eben einfach mal eine Runde farm oder mit euren Kumpels lostigern. Alles kein Problem. Das stellen wir für euch. Und ja, das war's. Wie gesagt, wenn ihr die Scheiße feiert, dann gebt einen Daumen hoch. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann schreiben wir uns in der Facebook-Gruppe. Viel Glück euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Also gut, ich frage dich jetzt dann einfach und dann... Oh, ich muss wieder erst ins Ding rein. Also dieses scheiß Escape from Tarkov ist so ein Bullshit, weil das so Ding, du kannst schon, wenn du Alt-Tab drückst... Ja, man ist so. Ne, man, ich wollte so, wenn du Alt-Tab drückst, da ist doch nichts normal, Alter. Du musst erst ein anderes Fenster draußen auf den zweiten Bildschirm anklicken, das dann rüberziehen versuchen, bis du überhaupt aufs Windows kommst. Ey, zum Kotzen, Alter. Okay, nun zu den Ärzten. Moment, ich muss runter scrollen. Hey, Crusher? Ja? Hast du einen Markt hier zum Verkaufen? Hat's gerade bei dir geklopft? Ich auch nicht. Direkt geklopft. Oh, Mann. Beste, Alter. Sorry.